Musik 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 Nervt das so übel Welche die defektiv Die braune Naja die ist ja so schwer Was machen diese braune ähm Die ist noch lustiger Die tut so auf sie schießt Die ist kaputt Dann mach ich sie mir mal Ich mach so viel Jojo Metal Ich glaub's nicht Man muss im Recyte Mode sein oder? Ja Ich wollte nur was Cheaten Cheaten kannst du trotzdem nicht weil du ja nicht OP bist Ja ich weiß Ich wollte mich schnell in die Konsole rein hacken Ja ja Ich hab Jojo Metal zum Klo Ich hab Jojo Metal zum Klo Ja Ich muss noch so Müller bauen Die Brune ist ja geil Ja ich weiß grad Dich mit was ich starten soll Ja Ich glaub ich starte mit Mit dem Broken Thumb Start Was Nachmacher Ne Boah Manchmal war ich wirklich so weit da hab ich mir echt mal ein Account erstellt der hieß BrokenClientTV Aha Und dann hab ich ungespielt Guck mal ich hab was für dich Guck mal ich hab was für dich Und wo drin statt Hallo ungespielt ich hoffe du nimmst mich an Ich bin BrokenClientTV Ich bin fast genauso assi wie BrokenThumbsTV Boah du bist so nett Boah komm wieder komm erstmal Handshake Ja Oh oh Dafür hab ich meine halbe Kuhfarm geklebt eben Meine Kuhfarm hier unten geht ganz schön ab Ja Keller Ja du vertreibst sie auch gleich Alter das sind so viele So Ähm ja Schweinefarm geht eigentlich aber die Kuhfarm die ist übelst Boah ihr redet schon von solchen Sachen ich kann da gar nicht mitreden Oh Sokratis gekommen Ey diese braune oder schwarze Touren Dings die tut dann so oder? Ja Ich find sie geil Wie viele seid ihr jetzt eigentlich? Ich muss meine Running Turtle wieder platzieren Ihr seid jetzt zu sechst oder? Mit dir sind wir jetzt sieben Ja okay dann kann ja noch einer rein oder? Ja Und dann müssen wir zusammen zahlen dass wir einen Slot erweitern können Okay Aber ich bin arm Spaß Ich bin Spaß Äh wie lange läuft der Server noch? Drei Monate Okay Hätt ich gleich komplett auf drei Monate gemacht Von Nitrado gehostet gell? Ja kostet 50 Euro Boah Aufgeteilt auf uns Ja geht Ja 50 Euro durch die Mehren jetzt Das ist ja normal Das ist ja teurer wert So was soll ich jetzt Wo soll ich die Running Turtle platzieren? Obwohl wir könnten jetzt äh zu Nitrado gehen Und äh es gibt ja sowas Wir könnten jetzt unsere Abos quasi zusammenlegen Und Und Dann könnten wir Uns Geld sparen Ja aber würde noch nicht reichen Würde echt noch nicht reichen Ich weiß gar nicht wieviel man mindestens haben muss Scheiß Scheiß doch drauf alter YOLO Ganz so YOLO Ja also ich wär bereit zum starten Na dann start Für meine Mining Turtle macht das ein 4x4 Loch Und er muss gleich wieder labern Ich glaub diese schwarze ähm Türen Dings die hat irgendwie wegen Ja 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 Du jetzt bitte jetzt sofort Ach du du bist noch wo Schnorrer Gib's doch zu Ja Ja dann wird wohl immer wieder Und äh Ja wie kann ich denn dieses Projekt nennen Ultraprojekt oder Megaprojekt Willkommen zum Megaprojekt mit dabei heute Broken Thumbs TV GOMO HD Nicht zu vergessen! Ungespielt Und den auch Achso warten wir leider kein Haus also ne ich bin hier auf meinem grundstück und ich schaue jetzt mal was sich in der kiste verbirgt als ob ich es noch nicht wüsste weißt du doch auch nicht glas kabel ein mfsu oh mein gott ist das so nett eine high voltage solar array ja und ausrüstung vielen dank dafür haben wir gerne mal das einzige was ich von den sachen noch nicht genutzt habe ist die mf also die high voltage schon die mfsu ich nicht wo es erstmal alles in meinem inventar ich kenne das wenn ihr das bild der bildschirmontos auf full hd habt also 1029 x 1080 bei meinem monitor irgendwie ist so das ganze bild drin und kannst den ganzen text lesen und beim fernseher was ich jetzt angeschlossen habe ist der text immer das sind die rände immer so abgeschnitten keine ahnung wieso aber das nicht richtig eingestellt ist dann wir mussten das einstellen keine ahnung würde jetzt eigentlich schon sagt ich stelle jetzt erstmal mein mfsu auf macht das interessiert interessiert eh kein dann halt forever alone viel spaß damit und ja es wird natürlich alles verlinkt sein oder in der beschreibung dass sie meine beschreibung kommt muss nur noch meinen kanal verlinnen ich war doch ich war doch nie auf dem kanal das ist so ein direkt ex-kanal wo auch noch mehr vor auch ist mir leid ich wollte ich nicht beleidigt nein jetzt lass ich finde gerade keinen Platz wo ich meine high voltage solar array aufstellen kann also ich würde es irgendwie gerne mal eine automatische farm bauen stell es einfach mal alles hier so auf und der kriegt jetzt auch energie das ist schön toll ich habe schon wieder keinen redstone mehr meine güte ey geht andauer mein redstone aus und was ist eigentlich meine mining turtle farm ich habe eh hier um es herrschen doch die gleiche Regeln wie ein Megaprojekt oder um das heißt dass sie auf erst 100 Blöcke von der Stadtform oder ja nur noch ist es dir die Regeln in der Stadtteile gelesen ihr an die ich wollte es mal nach damit sich die Zuschauer auch mitbekommen Regeln vom Server atmen Abbau in der Sichtweite der Stadt verboten das ist der Serverhost nur noch mehr und habe ich jetzt schon mal eine Regel gebrochen Abbau von Eintens Fremdengrund wird mit Bann bestraft kein einziges Jux verboten Black Gaming Alex also Blacky Gaming das du heißt Alex oder das ist der Serverhost das ist der Serverhost Major 1208 Rene der ist gerade nicht da Rene 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 oder keine Ahnung Rene 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 der gestern Bann bekommen hat echt? mhm für Nuke wir wollten den Nuke zünden Nuke Drohung und in Formen TT rumspielen äh TNT das Haus dahinten hat den Luft gesprengt echt jetzt? mhm ja ich kann dir leider nicht folgen weil ich hab noch keine Quantenlösung ich hab noch keine Quantenlösung du Angeber wir sehen den Weg in der Mitte ja aber du bist halt viel schneller Johnny for Beat Tobias Tantos Black Christian und ich bin noch nicht eingetragen das sind noch mehrere nicht eingetragen okay jetzt schon gedacht ich bin mal wieder der Einzige die hier so allein ist was ich hab den gleichen Skin wie du? ja du hast den gleichen wie ich ich hab das doch gesagt das ist weil oh stimmt ja das ist weil zufällig gell boah drei Tagen wusste ich noch gar nichts von dir mhm und er ja eh nicht von dir äh so also ich würde mal sagen ich geh jetzt auf zur nächsten Höhle musste weitgehend glaube ich oh weil mir ich gebe dir ich kenne ein bisschen was nee kann ich nicht ich hab selber nichts mehr hast du ne Juju Meta aber ja nein Spaß ein bisschen äh wahrscheinlich geh ich jetzt in die Höhle und find ne Portal Gun haha boah ich wäre so überglücklich ich auch nee ich hab hier ne lol was ist in die Luft gesprungen nee ah hier sind die Junkle oder gell irgendwas ist explodiert hm hab ich auch grad gehört war es nicht war das bei dir war das bei dir bei wem bei mir ey wenn mein MFSU jetzt wenn mein MFSU jetzt äh explodiert ist sag nicht bei mir ist irgendwas in die Luft gegangen irgendwas ist grad in die Luft gegangen boah volle Kanne boah meine Farm steht noch was ist nicht explodiert wenn das mein MFSU war ey nee der steht noch boah ich wäre dann zum anderen Grundstück gegangen einfach ja ist klar hätte ich mich dort eingerichtet irgendwas ist hier voll explodiert grad Leute ich werde heute angerufen Alter ich hab Skype jetzt grad geschlossen ich hab Skype auch beschäftigt ich hab einfach keinen Bock auf die Anrufe und so so ich geh jetzt lol ich glaube in der Zeit wo ich farmen bin wird mein MFSU auch aufgeladen sein hoff ich mal aber das hat auch gerumzt eben ne was macht denn der wer äh Minecraftler keine Ahnung wahrscheinlich ist er explodiert was ist er grad im Hintergrund los? also nicht bei wem denn? Dark wieso hat minecrafter geliftet? ja er wollte auf ja er wollte auf das war bei ihm eben im Hintergrund ihr arme also Pola darfst ja schon in der Nähe der Stadt abbauen das wollte ich nur mal schon so sagen also Erze alles unter der Stadt ist schon laut ja ich bin grad nur am Bäume farmen nur nicht unter den Grundstücken nein gut dass ich in der anderen Richtung vom außerhalb von meinem Grundstück war der Grab oh hab ich euch eigentlich schon die ganze Geschichte von der Schlägerei erzählt? von der Schlägerei? ja ich bin nach Hause gefahren hab mich so gefreut ja jetzt kann ich aufnehmen auf einmal bleibt ein Auto mitten auf der Straße bestehen weil ein Fahrradfahrer in die Tür von dem reingefahren ist dann steigt so ein fetter Sack aus ist voll besoffen und schlägt dem erstmal so richtig in die Fresse okay ich dachte mir ich dachte mir oh wie unfair so ein fetter Klops gegen so einen dünnen Fahrradfahrer oh der tat mir so richtig leid man fragt sich auch manchmal wie geläht man haben kann ja ah Kurensturm Hilfe ja das komische war die Frau also die Frau von dem Dicken der hat eine Frau ja aber die ist genauso dick und ich bin Single WTF die wollte sich dann halt einmischen und den davon abhalten dann hat sie sich auflegen geworden das sah so witzig aus Body Slam so ne fette Frau die auf den fetten Mann springt also so wie wenn relaxe Body Slam macht ja genau so boah bin ich gemein echt ja also ich hab nichts gegen dicke Menschen aber weil ich schon ja ich auch nicht weil ich sehe sehr viele dicke Menschen jeden Tag weil ja dem gesagt ich schon ich auch ne weil wir haben ja ne Dönerbude also ne wir verkaufen Döner Pizza und so ja ja mein ich ernst mit was muss ich ähm Schweine füttern mit Karotten ja warte ich hab keine Karotten ja du hast da Quanten Sachen an denn du süßt mal los und sucht Karotten also zumindest im Dorf äh nein das ist Creeple lecky nein nein noch mal noch das hat Bomben gemacht eben Alter es sind zwei Creeple in meine Höhle oh nein es ist alles in die Luft gegangen drückt mal auf sieben dann siehst du wie weit das ausgeleuchtet ist alles ich finde keine Höhle nein lecky die Monsterfalle ist im Arsch oh lol haha nein äh mein Beiland interessiert mich nicht Alter du hästiger Zombie du näherst lecky nein es ist ja alles im Arsch der ist gerade in Rage Mode oh ja ok ich darf ihn nicht stören oder hehehe keine Ahnung keine Ahnung im das ist ja dass ich mich an den einem der 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 Untertitelung des ZDF, 2020